Wird nun OMI bald auf einer neuen Exchange gelistet? Diese Frage klären wir. Außerdem gab es einen Glitch bei den MCP-Ranks, das klären wir außerdem. Außerdem gibt es den nächsten Robocop-NFT-Drop und wir schauen uns auf jeden Fall nochmal den OMI-Kurs an. Das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Und zum Start in dieses Video würde ich auf jeden Fall erstmal mit dem nächsten Livestream starten. Und zwar nämlich mit dem nächsten Ich-Bewerte-Dein-Portfolio-Livestream. Dieser wird nämlich heute schon um 20 Uhr deutscher Zeit stattfinden, zusammen mit Enrico und eventuell auch Chris. Das heißt, wenn ihr auf jeden Fall Bock habt, diese Portfolio-Bewertung nicht zu verpassen, dann schaut auf jeden Fall sehr gerne um 20 Uhr deutscher Zeit vorbei. Und wenn du auf jeden Fall auch dein Portfolio bewerten lassen möchtest, dann kannst du mir auf jeden Fall gerne auf Twitter, Telegram oder auch per E-Mail das Ganze schicken. Die E-Mail-Adresse dafür findest du unten in der Videobeschreibung. Kommen wir nun aber zu einem sehr spannenden Post und zwar nämlich tatsächlich von jemandem, den man gar nicht so kennt. Und zwar nämlich Richard mit ganz vielen unterschiedlichen Zahlen. Wir können jetzt an dieser Stelle tatsächlich nicht sagen, ob dieser Post eventuell sogar gefakt ist. Ich gehe aber tatsächlich nicht davon aus, da wir hier ein Wasserzeichen haben und es mir meiner Meinung nach eigentlich alles relativ schlüssig aussieht. Und wie man hier sieht, sieht man hier eine Transaktion vor vier Minuten an die BitGet Deposit Exchange. Und mit insgesamt 80.000 US-Dollar ist das auf jeden Fall schon mal eine ganz schöne Hausnummer. Für jeden, der auf jeden Fall in Omi schon so ein bisschen drin ist, der weiß, BitGet haben wir derzeit noch nicht als Exchange. Was möglicherweise hier tatsächlich auf ein Exchange-Listing hindeuten könnte. Denn warum sollte sonst jemand Omi-Token an eine Adresse schicken von BitGet, wenn wir tatsächlich Omi ja noch gar nicht auf BitGet haben? Macht meiner Meinung nach ziemlich wenig Sinn. Und von daher gehe ich persönlich davon aus, dass es eventuell hier auf jeden Fall zu einem Listing kommen könnte. Man muss dazu ja auch sagen, laut David Yu soll auf jeden Fall Omi auch dieses Jahr mehr im Fokus stehen, denn je. Dementsprechend wäre natürlich auch allgemein ein Exchange-Listing hier nicht gerade verkehrt. Deswegen, ich bin auf jeden Fall gespannt, ob das Ganze hier tatsächlich auf BitGet dann launchen wird oder nicht. Ich werde euch natürlich hier aber auch auf dem Laufenden dazu halten, wenn es dazu irgendwelche News geben sollte. Und als offizieller Partner von BitGet könnt ihr natürlich auch sehr gerne, wenn ihr auf der Börse noch nicht seid, meinen Raffle-Code verwenden. Diesen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Damit unterstützt ihr mich. Außerdem bekommt ihr 50% Rabatt. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich benutze diese Börse mittlerweile echt immer öfter und öfter, weil sie mir einfach extrem gut gefällt, ein schönes Layout hat. Und dementsprechend, falls ihr auf jeden Fall noch nicht auf der Börse seid, das Ganze auch für euch nutzen wollt, dann kommt auf jeden Fall gerne über meinen Raffle-Link auch auf BitGet. Kommen wir nun aber zum Omi-Kurs zurück und jetzt aber auf den Chart. Denn der Omi-Kurs ist mittlerweile tatsächlich stabil, sich hier über den 3 Nullen am Halten. Momentan in den letzten 24 Stunden 1,2% im Minus. Und wenn man sich jetzt hier mal den letzten Monat anschaut, ja, da ging es eigentlich wirklich nur straight nach oben. Ja, und in meinen letzten Videos habe ich es immer wieder angesprochen, dass wir hier auf jeden Fall einen schönen Bereich hatten, wo man hätte nochmal einsteigen können. Ich bin persönlich dort auch tatsächlich nochmal eingestiegen ein bisschen. Und ja, danach haben wir tatsächlich eine gute Rallye nach oben gesehen. Und wir hatten auch hier in den letzten Videos, hatten wir hier diesen Scheidepunkt, wo ich gesagt habe, entweder wir werden hier diesen Push nach oben sehen und dann hier oben eine Rejection und dann nochmal runter und dann weiter nach oben oder andersrum. Was man auf jeden Fall ganz klar sehen kann, ist hier, dass wir hoch, hoch sind, doch deutlich explosiver als gedacht. Und dann tatsächlich uns hier nochmal abgeholt haben, hier nochmal hoch sind, tatsächlich nicht so stark reagiert haben, wie gedacht und dann weiter gezogen sind über die 3 Nullen. Und jetzt halten wir uns hier in diesem orangenen Bereich, der auch in Vergangenheit äußerst wichtig war, wenn man sich das Ganze hier anschaut. Und jetzt stehen wir vor einem äußerst wichtigen Bereich und zwar nämlich diesem grünen Bereich hier. Denn wenn man sich das Ganze mal hier in Vergangenheit anschaut, dann sieht man doch immer wieder, wie wir hier dran gehadert haben, über diesen Bereich zu kommen. Sollten wir uns hier über diesen grünen Bereich nachhaltig arbeiten können, dann bin ich persönlich auf jeden Fall weiterhin sehr, sehr bullisch. Für mich sieht es gerade auf jeden Fall nicht allzu schlecht aus. Maximal würde ich hier mit einer Korrektur wirklich in diesem Bereich rechnen, von wo wir dann auf jeden Fall weitere Ziele nach oben sehen könnten. Das Ganze ist meiner Meinung nach aber auf jeden Fall momentan alles sehr spekulativ. Wir sind immer noch im Bullenmarkt. Es kann hier tatsächlich deutlich schneller nach oben gehen. Wir müssen nicht unbedingt eine Korrektur machen, die äußerst ausgeprägt ist. Das kann passieren. Deswegen hier auf jeden Fall aufpassen. Ich persönlich habe ja auch gestern nochmal nachgekauft in diesem Bereich und bin auf jeden Fall relativ optimistisch, dass wir hier tatsächlich auch in den nächsten ein bis zwei Monaten auf jeden Fall dieses High bzw. allgemein diese Zone hinter uns lassen können. Das Ganze ist aber natürlich kein Gewähr für euch. Das Ganze ist nur meine persönliche Meinung dazu. Und ich sage euch einfach nur, wie ich hier handele. Deswegen solltet ihr das auf jeden Fall nicht nachmachen. Beschäftigt euch damit bitte selber und handelt bitte eingeständig und auch verantwortungsvoll mit eurem Geld. Kommen wir nun zu MCP, denn hier gab es einen Glitch und zwar nämlich mit den MCP Ranks. Denn hier wurden plötzlich über Nacht alle möglichen Leute plötzlich extrem runtergestuft. Von Master plötzlich auf Diamond oder tatsächlich noch tiefer. Mich hat das zum Beispiel auch krass erwischt. Ich bin plötzlich von Diamond 1 auf plötzlich Platin 1 runtergerutscht über Nacht, was auf jeden Fall schon ein krasser Abrutsch war. Was man jetzt aber auf jeden Fall beobachten konnte, das Ganze war anscheinend wohl ein Glitch und dementsprechend ist jetzt auch alles wieder da, wo es war. Vivi hat ja aber nochmal betont und das möchte ich auch nochmal, Ränge können sich nun mal nach oben oder nach unten verschieben. Das Ganze hängt natürlich auch von der Userzahl ab, wie viele Leute, wie viele Collector bezahlten. Das heißt, man muss ja eigentlich auch in Zukunft mit Rank-Verschiebungen auf jeden Fall rechnen. Denn wie gesagt, wenn mehr User reinkommen, auch größere Whales reinkommen, dann wird sich das Ganze auf jeden Fall entweder nach oben oder nach unten korrigieren. Deswegen hier auf jeden Fall nochmal dieser kleine Hinweis für euch, dass das, ja, man sich einfach nochmal bewusst macht. Kommen wir zum Blade Marvel Drop. Und dieser wird ja auch schon relativ bald und zwar nämlich am Samstag, dem 24. Februar um 17 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Und hier werden wir Blade als ein Collectable bekommen, als Secret Rare. Und das Ganze wird ja auch seine First Appearance sein, unter anderem nur mit einer Editionzahl von gerade mal 999 Stück. Und insgesamt werden nur 909 Collectables auch für den Markt verfügbar sein, denn 90 Collectables hält sich Vivi wie immer auf jeden Fall ein. Der Listenpreis sind hier 50 Gems. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das Ganze hier vonstatten gehen wird, denn das Ganze ist natürlich ein interessanter Charakter. Es ist seine First Appearance, auch mit einer sehr geringen Editionzahl. Nichtsdestotrotz sind wir immer noch im Vivi-Bärenmarkt, beziehungsweise in einer stabilen Phase, aber trotzdem immer noch sehr, sehr low. Und dementsprechend bin ich da auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich hier auf jeden Fall der Preis des Blades entwickeln wird. Schreib du mir unbedingt mal in die Kommentare, ob du den Drop mitnimmst oder nicht. Ich persönlich bin da momentan noch etwas zwiegespalten, ob ich den Drop mitnehme oder nicht. Kommen wir zum nächsten Robocop NFT Drop. Und dieser hat es meiner Meinung nach wirklich in sich und zeigt wirklich auch, was so alles möglich ist. Und es meiner Meinung nach wirklich etwas absolut Unterschätztes. Denn am 25. Februar, das heißt jetzt am Sonntag schon, wird es diesen Drop geben um 17 Uhr deutscher Zeit. Und jeder, der hier Series 1 von dem Robocop hat und das Jetpack, dieser kann im Prinzip a flyable Robocop craften. Und das finde ich richtig cool. Also das ist meiner Meinung nach eine mega coole Sache. Das ist im Prinzip hier dieses Jetpack, was man dann für den Robocop bekommen kann, dass der dann fliegen kann. Finde ich eine mega, mega coole Aktion und zeigt einfach auch, was hier mit Craften so alles möglich ist. Schreib du mir unbedingt in die Kommentare, ob du dir hier schon den Robocop geholt hast und das Jetpack, um dir dann hier das Jetpack für den Robocop selbst zu holen, dass dieser dann auch fliegen kann. Ich, wie gesagt, finde das auf jeden Fall eine mega coole Sache. Ich habe leider keinen Robocop, nichtsdestotrotz eine mega coole Aktion. Und das war es jetzt auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall riesig über einen Daumen nach oben von dir hier unter diesem Video freuen. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen und wünsche dir da draußen auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgenmittagabend und bis dahin, Herr Käpt'n. Ciao, ciao.